Danke, dass ihr gekommen seid. Wir sind schon zurück für die nächste Folge in unserer Filmreihe zu Luis Buñuel. Heute Abend haben wir das Glück, Andréa Kremls begrüßen zu können. Andréa ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Romanische Sprachen und Literaturen an der Goethe-Universität hier in Frankfurt am Main. Sie hat promoviert und habilitiert, auch an der Goethe-Universität. Der Titel ihrer Doktorarbeit war Exil und Transkulturalität kubanischer Gegenwartsliteratur in Paris zwischen Grenzierungs- und Entgrenzungsprozesse. Und sie hat diese Doktorarbeit gefolgt mit der Habilitationsschrift Kosmovisionen und Weltkünste der transversaler Surrealismus. Sie hat aber auch sehr viele Schriften zu Luis Buñuel gemacht und auch Forschung zu Buñuel und Buñuels Periode in Mexiko. Was auch, sagen wir, die große Entdeckung für diese Filmreihe ist, also viele von uns kennen schon die Firma der 30er Jahre, Jean Andalou und so weiter, und die Firma der 70er Jahre, aber es noch faszinierende Firma bleiben. Aber die Gelegenheit von dieser Filmreihe ist auch die wenigen bekannten Werke von Buñuels Oeuvre zu entdecken. Und Andrea wird uns dabei helfen mit ihrem Vortrag zu Nazarine von Luis Buñuel. Nazarine aus Heiliger Exot und Figur des kulturellen Anderen. Also ich bedanke mich für diesen Vortrag und eine Erinnerung, wie jedes Mal werden wir zuerst den Vortrag zuhören, dann eine kleine Pause haben, dann den Film anschauen. Der Film dauert ungefähr 94 Minuten und dann nachher das große Highlight des Abends, das Publikumsgespräch mit euch. Also ich lade euch ein, nachher zu bleiben und mit Andrea den Film zu diskutieren. Aber zuerst hören wir von Andrea. Danke. Ja, man hört mich gut, ja. Vielen Dank, Daniel, für diese Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und da ich Hispanistin, Lateinamerikanistin bin, würde ich natürlich meinen Vortrag am liebsten auf Spanisch halten. Aber ich habe so zwei, drei Momente, wo ich das Spanische tatsächlich einbringe, auch sozusagen im Vorblick auf den Film, die mir so besonders interessant erscheinen, auch im Hinblick auf die Übersetzung dann in den Untertiteln. Mit dieser Aussage hat Luis Buñuel auf seine widersprüchliche Haltung religiösen Themen gegenüber hingewiesen. Seine Besessenheit und Subversion religiöser Themen und geistlicher Figuren wird oft mit seiner Biografie und Herkunft in Verbindung gebracht, insbesondere mit seiner streng katholischen Erziehung auf einer Jesuitenschule in Spanien. Einer dieser geistlichen seines Werks ist Nassarin, die Hauptfigur des gleichnamigen Films, den Sie hier im Anschluss sehen werden. Allerdings ist er eine ambivalente Figur. In seiner Autobiografie »Mein letzter Seufzer, mi ultimusis suspiro« berichtet Buñuel, dass der Film in kirchlichen Kreisen auf Sympathie stieß und einen Ehrenpreis vom Bischof New Yorks erhalten sollte. Zugleich erinnert er sich an die Empörung seiner antiklerikalen Künstlerkollegen in Frankreich, die sich darüber beklagt haben, dass er einem Priester die Hauptrolle in diesem Film gegeben hat. Buñuel genoss es, mit religiösen Themen zu provozieren und zugleich Uneindeutigkeiten hinsichtlich ihrer Lesart zu erzeugen. Wer also ist dieser Nassarin, der aus der spanischen Stadt Sevilla in die mexikanische Provinz gekommen ist, um im Sinne des jesuitischen Ideals sein Leben mit den Armen und gesellschaftlich Geächteten zu teilen und in demütiger Bescheidenheit im Namen Gottes zu handeln? Wer ist dieser Nassarin, dessen christlich motiviertes Handeln ein ums andere Mal fehlschlägt, der auf seiner Wanderschaft nicht nur einmal verbrannte Asche hinterlässt und der schließlich wegen Vielweiberei verhaftet wird, weil er auf seinem Weg von den zwei Frauen Beatrice und anderer begleitet wird? Klar ist, dass Buñuel mit Nassarin eine Christusfigur in Szene setzt, die an der menschlichen Grausamkeit scheitert. Doch unentschieden ist, und ich hoffe, das sehen Sie auch so nach der Sichtung des Films, inwiefern Nassarin Opfer seines idealistischen Handelns ist oder sein Scheitern auch selbst mitverschuldet. Den sprechenden Namen seiner Hauptfigur, also Nassarin, der auf den kleinen Jesus von Nazareth verweist, übernimmt Buñuel von Benito Perez-Galdós, einem der bedeutendsten Schriftsteller des realistischen Romans in Spanien des 19. Jahrhunderts, der hierzulande erstaunlicherweise relativ unbekannt ist, obwohl er ein sehr umfangreiches Werk hat. In der mexikanischen Phase beginnt Buñuel, sich intensiv mit Galdós zu beschäftigen. Nassarin ist der erste von drei Filmen, die auf dessen Roman basieren. Ohne die Adaption der Romanvorlage hier spezifisch zum Thema zu machen, ist es für mich von besonderem Interesse, dass Buñuel neben dem sprechenden Namen seiner Hauptfigur auch dessen Charakterisierung als kulturell Fremder von Galdós übernimmt. Galdós Nassarin wechselt im Gegensatz zu Buñuels nicht das Land. Er ist Spanier, der aus der Provinz La Mancha in die Hauptstadt Madrid gekommen ist. La Mancha, das wissen Sie ja, ist ja bekanntermaßen die Heimat von Don Quixote und der Ort, wo dieser fantastische Queso Manchego herkommt. Aber er kommt aus La Mancha nach Madrid, wo er im prekären städtischen Randmilieu der gesellschaftlich Marginalisierten als Priester lebt und wirkt. Doch, so Galdós Roman, er hat das exotische Aussehen eines Arabas und wird daher durchgehend als arabischer Geistlicher bezeichnet mit der dazugehörigen ironischen Anspielung des Autors auf die christlich-muslimische Kulturgeschichte auf der iberischen Halbinsel. Die Exotisierung seines Protagonisten praktiziert Galdós, um in seinem Roman aufzuzeigen, wie andersartig und unzeitgemäß Nassarins altruistisches Verhalten in Spanien des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist, in dem die Modernisierung der Gesellschaft voranschreitet und sie immer mehr von kirchlichen Lehren abrückt. Insbesondere die Figuren des sozial benachteiligten Milieus belächeln Nassarins idealistische Frömmigkeit und seine christlichen Lehren in ihrem realpolitischen Kampf ums Überleben am gesellschaftlichen Rand. Diesen andersartigen und unzeitgemäßen Nassarin überträgt Buñuel in seiner filmischen Adaption von Spanien in das ländliche Mexiko der Provinz Morelos. Also dort wurde der Film gedreht. Doch mit seiner idealistischen Frömmigkeit kommt Buñuel Nassarin in der mexikanischen Provinz ebenso wenig weiter wie Galdós Araber im städtischen Rotlichtviertel Madrid. Ich möchte Ihr Augenmerk darauf lenken, inwiefern Nassarins von Buñuel als heiliger Exot und Figur des kulturell Anderen stilisiert wird. Dabei gehe ich der Frage nach, inwiefern Nassarins Naivität, an der er schlussendlich scheitert, nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass sein frommer Idealismus im eklatanten Kontrast zur gesellschaftlichen Realität der unteren Schichten Mexikos steht, sondern auch deswegen, weil er gänzlich blind ist für die soziokulturellen Codes und ungeschriebenen Regeln von Machismo, Vetternwirtschaft sowie der Volksfrömmigkeit, ist, wie sie in der mexikanischen Populärkultur vorherrschen. Buñuel Buñuel verspottet seinen kleinen Jesus von Nazareth noch gnadenloser als der spanische Autor Galdos. Das gilt meines Erachtens für alle drei Romanverfilmungen, also Nassarin, Beridiana und Tristana so als Teaser, weil diese Filme werden hier ja auch noch in der Filmreihe laufen. Denn Buñuel lässt Nassarin nicht nur an seinen christlichen Idealen scheitern, vielmehr, also er lässt ihn nicht nur scheitern, vielmehr richtet Nassarin sogar Schaden an durch seine kulturelle Naivität als Spanier, der sich mit den in der mexikanischen Populärkultur vorherrschenden Regeln nicht auskennt. Die Gewalt, Erotik und religiöse Ekstase, die Nassarin ungewollt auslöst, stehen im Zeichen von Buñuelts surrealistischem Interesse an der Vorherrschaft des Unbewussten, die er auch in sein realistisches Kino der mexikanischen Phase einschreibt. Lassen Sie mich, bevor ich auf den Film zu sprechen komme, kurz etwas über Buñuel in Mexiko sagen, weil das die unbekanntere Phase tatsächlich ist. Buñuel gehörte zu den spanischen Intellektuellen und Kunstschaffenden, für die im Zuge der Machtübernahme Frankos 1936 in Spanien Mexiko zum Aufnahmeland wurde. 1946 kam er dort an und 1949 wurde er auch mexikanischer Staatsbürger. In Mexiko produzierte er 20 von seinen insgesamt 32 Filmen, also fallen gut zwei Drittel seines Gesamtwerks in diese Phase, die jedoch insgesamt weitaus weniger bekannt ist als die europäische, also die Früh- und die Spätphase. Buñuel kam zu einem Zeitpunkt nach Mexiko, als das Kino eine Blütezeit erlebte, die sogenannte Edad de Oro. In diesem goldenen Zeitalter des Kinos, also von 1930 bis die späten 1950er Jahre, wurden vor allem kommerzielle Filme produziert, in denen die positiven Werte, also so das Familienbild und der Fortschritt der mexikanischen Gesellschaft, also Bildung, städtische Modernisierung hervorgehoben wurden. Ein besonders beliebtes Genre war das gefühlsbetonte Melodrama. In Nazarine und anderen mexikanischen Filmen Buñuel lassen sich Anleihen dieses Genres finden, auch wenn er sich mit Autorenfilmen wie Los Olvidados, Die Vergessenen und Nazarine vom Kino der Edad de Oro abgrenzte. Dennoch stand er in Mexiko auch unter dem kommerziellen Druck publikumsnahes, also leicht verständliches Kino zu machen. Daher tendierten seine Filme insgesamt stärker zum Realismus. Seine Vorschläge, experimentelle oder irritierende Szenen in seine Filme zu integrieren, die vom Handlungsverlauf abwichen, wurden meist abgelehnt, auch oft aus Zeitgründen und natürlich aus publikumsbürgsamen Gründen. Dies sorgte bei ihm für Frustration, also berichtet ja auch in Mein letzter Seufzer, auch wenn es ihm dennoch, und das finde ich das Interessante an dieser mexikanischen Phase gelang, mit dem auf sehr geringen Mitteln und unter dem hohen Zeitdruck seine ihm eigene filmische Schreibweise durchzusetzen. Im Unterschied zum kommerziellen Kino des mexikanischen goldenen Zeitalters, das eine idealisierte Version der mexikanischen Gesellschaft propagierte, waren Buñuelts Filme von einem ungeschminkten Blick auf die mexikanische Realität gekennzeichnet. Das gilt auch für Nassarin. Statt heiler Familien und glücklich zueinander findender Liebespaare rückt er marginalisierte Figuren in den Vordergrund, die nicht an der gesellschaftlichen Modernisierung partizipieren. Sexarbeiterinnen, Kriminelle, Obdachlose, Tagelöhner, Menschen mit Behinderungen, Alleinstehende und von Männern misshandelte Frauen und auch Indigene, die in Mexiko diskriminiert und sozial benachteiligt wurden. und immer noch werden. Mit Los Olvidados löste er einen, also die Vergessenen, löste er einen Skandal aus, weil er erstmals in der lateinamerikanischen Filmgeschichte die grassierende Armut und die gravierende soziale Ungleichheit in der mexikanischen Gesellschaft auf die Leinwand brachte. Noch ein Teaser für die Veranstaltung, die zu diesem Film auch in dieser Reihe hier noch stattfinden wird. Während Los Olvidados in den Armutsvierteln der städtischen Randgebiete von Mexiko Stadt angesiedelt ist, spielt Nazarine im ländlichen Gebiet. Doch die soziokulturellen Probleme sind ähnlich. In den 1950er Jahren waren die traditionellen patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen des Machismo, aber auch Armut und soziale Benachteiligung noch ausgeprägter als in den Städten. Auf dem Land herrschte außerdem stärker eine Volksfremmigkeit vor, mit der auch Nazarin auf seiner Wanderschaft konfrontiert wird. Im Zuge der Kolonialgeschichte – hier wollte ich ein bisschen noch so Kontext mitliefern – haben sich in Mexiko Animismus, Wunderglaube, Esoterik und indigene Glaubensformen mit dem Katholizismus vermischt. Gegen diese Art des Synkretismus, also dieser Vermischung von Glaubensformen, konnte die katholische Kirche wenig ausrichten, auch wenn sie dagegen vorging, diese abergläubischen Praktiken aus ihren Lehren fernzuhalten, natürlich auch mit Gewalt. Aus einer sozialkritischen Perspektive macht Buñuel nicht nur dies, also diese Volksförmigkeit zum Thema, wobei Nazarin hier auf der guten Seite steht, sondern auch die Korruption in der mexikanischen Gesellschaft. Sein Blick als Spanier, also Buñuel's Blick als Spanier auf diese gesellschaftlichen Randgruppen ist nicht unproblematisch, immerhin war Spanien 500 Jahre lang Kolonialmacht über Mexiko. Buñuel wurde in Bezug auf Los Olvidados auch vorgeworfen, die soziale Misere der gesellschaftlich ausgeschlossenen zur Schau zu stellen. Dem gegenüber hebt Anna Moranya hervor, dass erst Buñuel, der Zitat spanische Surrealist mit seiner katholischen Erziehung und seiner anarchistischen Haltung Zitat Ende mit seinen Filmen einen Raum geschaffen hat, über die konflikthafte Lebenswirklichkeit der soziokulturellen Ungleichheit in Mexiko zu reflektieren. Ich möchte darüber hinaus am Beispiel von Nazarin auch aufzeigen, was ich Buñuels mexikanischen Surrealismus genannt habe. Damit meine ich die Art und Weise, wie er Sozialkritik mit Surrealismus verbindet. An ausgewählten Szenen möchte ich verdeutlichen, wie Buñuel diese realistische Erzählweise seines Films mit einem latenten Subtext des Unbewussten versieht. Also André Bazin, der französische Filmkritiker, hat das eine freudianische Ästhetik genannt. Und dieser Subtext äußert sich vor allen Dingen in diesem subtilem, triebhaften und irrationalen Handeln und unheilvollen Zufällen, die das filmische Geschehen und die Handlung determinieren. Franziskus, man nannte ihn Paco Rabal, spielt die Rolle des Nazarin in dem Film und ist im Übrigen analog zum Argument des kulturellen Anderen, er ist der kulturell Andere, weil er der einzige Spanier in einer mexikanisch besetzten Filmcrew war. Andere, gespielt von Rita Maceda sowie Marga Lopez in der Rolle der Beatriz, sind die zentralen weiblichen Darstellerinnen des Films. Sie werden später zu Nazarins Begleiterinnen auf seiner Wanderschaft als Prediger. Oft sind sie als satirische Anspielungen auf die Jungfrau Maria und Maria Magdalena interpretiert worden. Subversiv ist das auch deswegen, weil Andere Sexarbeiterin ist, die später zur Mörderin und sogar Brandstifterin wird und Beatrice, auch wenn Nazarin sie als Lamas Pia Dosa, also die frommste von allen bezeichnet, von einer Amour Fou, also einer wahnsinnigen Liebe, das ist auch ein typisches Motiv, Thema des Surrealismus getrieben, die sie in eine Abhängigkeit zu ihrem geliebten Pinto stürzt. Buñuel verbindet Nazarins Jüngerinnen, also diese Figuren, so von Beginn an mit irrationalen triebgeleiteten Handeln und rückt sie sogar im Falle von Beatrice in die Nähe des Wahnsinns. Andara verspottet und demütigt Nazarin wie viele in der ärmlichen Wohnsiedlung, in der die Handlung zunächst situiert ist. Keiner scheint sich von diesem Priester zum Guten bekehren lassen zu wollen, im Gegenteil. In einer Anfangsszene beschimpft Andara ihn als dreckigen Priester. Als sie jedoch in eine gewaltsame Auseinandersetzung mit einer anderen Sexarbeiterin gerät, die dabei zu Tode kommt, sucht sie Zuflucht in Nazarins Wohnung, weil sie als Mörderin gesucht wird. Während sie sich bei Nazarin versteckt hält, versucht er, sie zu belehren, von ihrem Aberglauben abzukommen und ihre Sünden zu bekennen. Als er beginnt, für sie zu beten, blickt Andara auf ein Christusbildnis, das an der Wand hängt. Darauf sieht sie den Messias, wie er sie höhnisch auslacht. Diesem blasphemischen Bild folgt ein weiteres. Als Nazarin die Messe hält und die verletzte Andara allein in der Wohnung lässt, trinkt sie aus der Schüssel mit blutgetränktem Wasser mit dem der Pater zuvor ihre Wunde gewaschen hatte. Mit diesem Bild Andaras, die ihr eigenes Blut im Haus des Priesters trinkt, unterwandert Buñuel das Thema des heiligen Abendmahls. Andaras irrationales Verhalten kulminiert schließlich in der Brandstiftung. Aus Angst entdeckt zu werden, setzt sie Nazarins Wohnung und dessen spärliches Mobiliar in Brand. Auch eine Figur des heiligen Antonius wirft sie auf den Scheiterhaufen. Das Kind, was er auf dem Arm hält, das Jesuskind, legt sie allerdings zurück ins Regal. Der Pater gerät also nicht nur deswegen in Konflikt, weil er eine Kriminelle bei sich aufnimmt, sondern auch, weil sie in der Wohnung Feuer legt, die ihm von der Mutter des Sakristans anvertraut wurde. Andara, die ihn derart in Gefahr bringt, ist ironischerweise diejenige, die ihn bis zum Ende die Treue hält und ihn in Schutz nimmt. Der starkköpfigen dämonischen Anderer steht die sanftmütige Mariengleiche Beatrice gegenüber. Doch Beatrice befindet sich in einer psychosexuellen Abhängigkeit zu ihrem geliebten Pinto, gespielt von Noe Marayama, der eine ins Extrem geführte Repräsentation des mexikanischen Macho darstellt, ausbeuterisch, brutal, frauenverachtend, untreu. Die filmische Erzählung beginnt damit, dass Beatrice verlässt und sie versucht, sich das Leben zu nehmen, was ihr jedoch misslingt. Als die Gewalt zwischen Andara und ihrer Gegnerin ausbricht, löst dies einen psychotischen Moment in Beatrice aus. In einer Wahnvorstellung, gekennzeichnet durch eine optische Verzerrung der Kameralinse, die ein wellenartiges Bild erzeugt, kehrt Pinto zu ihr zurück, was zunächst wie eine glückliche Vereinigung anmutet, sie liegt lachend in seinen Armen, endet in einem schockästhetisch inszenierten Racheakt, in dem sich das sadistisch-masochistische Verhältnis zwischen beiden umkehrt. Als Vergeltung für seinen brutalen Machismo tut sie ihm Gewalt an. Sie beißt ihm in die Lippe, aus deren Wunde Blut quillt, während sie zugleich höhnisch lacht, wie Christus auf dem Gemälde. Diese offensichtlich surrealistische Szene hat eine Schlüsselfunktion, weil sie zeigt, dass der von Pinto verkörperter Machismo ein Leitmotiv der filmischen Handlung ist und zugleich das krude Gegenmodell zu Nazarens naiv-keuscher Frömmigkeit und seinem asexuellen Zölibat darstellt. Die Szene ist aber auch ein unheilvoller Vorbote, denn was Beatrice in der anderen Realität der Wahnvorstellung gelingt, nämlich das Aufbegehren gegen Pinto, daran scheitert sie in der Realität. Das heißt, auf der realistischen Erzählebene kehrt sie schließlich gegen ihren Willen in die Abhängigkeit zu ihm zurück und unterwirft sich dem Machismo. Nazarens naive Frömmigkeit und sein christliches Handeln bewirken in dem kulturellen Umfeld, dessen Regeln er nicht kennt, genau das Gegenteil von dem, was es bezwecken soll. Das zeigt die Szene des Arbeiteraufstands, die sich zu Beginn seiner Wanderschaft ereignet. Als er dem Sakristan Don Angel, der ihn mit einem mageren Stipendium versorgt, mitteilt, er wolle als Wanderprediger aufs Land gehen und dem franziskanischen oder jesuitischen Ideal folgend in Armut und Bescheidenheit leben, ist dieser entsetzt. Um Almosen zu bitten, ist für einen Priester unwürdig. In Unwürde fällt Nazarin dann auch und zwar bei den Tagelöhnern einer Baustelle, auf der eine Bahnstrecke ausgebaut wird. Auch hier übt Buñuel Sozialkritik an der Ungleichheit in Mexiko, indem er auf die prekären Arbeitsbedingungen des informellen Arbeitssektors aufmerksam macht. Auf dem Rücken der Tagelöhner schreitet die Modernisierung Mexikos voran, ohne dass sie selbst davon profitieren. In seinem Armutsideal ist Nazarin blind für diese Realität der sozialen Ungerechtigkeit. Er bittet den Baustellen Aufseher, ihn im Austausch gegen etwas zu essen, arbeiten zu lassen. Für den Aufseher ist dieses Angebot der unbezahlten Arbeit ein guter Deal. Für die Tagelöhner sorgt es jedoch für Unmut. Während die Kamera aufwärtsgerichtet Nazarin in der heroischen Pose des Mannes im Schweiße seiner Arbeit zeigt, beschwert sich einer der Tagelöhner bei seinen Kollegen. Sein Cousin hätte am Tag zuvor keine Anstellung bekommen, worauf ihm ein anderer ironisch antwortet, dies sei ja kein Wunder, sein Cousin habe ja auch nicht angeboten, für seine Arbeit nur mit einer Mahlzeit bezahlt zu werden. Buñuel führt Nazarins Ideal der Bescheidenheit ad absurdum. Angesichts der real existierenden Armut und dem daraus resultierenden Überlebenskampf der Landbevölkerung richtet er Schaden an, anstatt Gutes zu tun. Überdies missachtet er die ungeschriebene Regeln der Vetternwirtschaft, die sich durch alle Schichten der mexikanischen Gesellschaft zieht. Demnach hat Nazarine dem Cousin den Vorrang abgelaufen. Dieser hätte als Familienmitglied von einem der Tagelöhner den Vorrang beim Arbeitsgesuch auf der Baustelle haben müssen. Dieser Regel des Nepotismo, also Vetternwirtschaft zufolge, muss Nazarine gehen, weil er kein Anrecht auf die Arbeit hat und schon gar nicht ohne Bezahlung dafür zu verlangen. Einer der Tagelöhner wird vorgeschickt, um ihm dies mitzuteilen. Daraufhin verlässt Nazarine die Baustelle, wird dafür vom Aufseher noch gedemütigt, der ihm mit einem Stein bewirft, mit einem Stein bewirft. Sein christliches Gesuch nach Almosen artet auf der Baustelle in einen Aufstand der Tagelöhner gegen den bewaffneten Patronen aus. Dass es Tote geben wird, können wir Zuschauenden durch die Pistolenschüsse erahnen, die zu hören sind, während die Kamera auf Nazarine gerichtet ist. Froh, seine Wanderschaft fortzusetzen, bricht er unbekümmert einen Zweig von einem Olivenbaum ab, ohne die Schussgeräusche mit seinem doppelten Regelverstoß in Verbindung zu bringen. Es ist vor allem im Kontakt mit den Strukturen und Regeln des Machismo di Nazarines zu einem zu einem heiligen Exoten seines soziokulturellen Umfelds machen. Da er dem Männlichkeitsbild dieses Umfelds nicht entspricht, wird er von den männlichen Figuren als feiger Schwächling erniedrigt. Von den Frauen hingegen wird er aufgrund seiner exotischen Männlichkeit verehrt. Sie machen ihn, den Priester, überhaupt erst zu ihrem Santo, also zu ihrem Heiligen, wie ich es an der Szene der Wunderheilung verdeutlichen will. Hier zeigt sich, dass sie ihn nicht aufgrund seiner asexuellen Keuschheit verehren, die er verkörpert und auch verkörpern will, sondern weil er die Projektionsfigur ihres Begehrens wird. In seiner Rolle als Nazarin spielt Francisco Raval diese Ambiguität aus sanftmütiger Demut und autoritärer Männlichkeit, wie ich finde, auf ideale Weise aus. Im weiblichen Begehren, das auf ihn gerichtet ist, verschränken sich Religion und Erotik miteinander, was das subversive Potenzial Nazarens anfacht. Ich möchte dies am Beispiel dieser Sequenz veranschaulichen, zeigen, wie Nazarin im Zuge dieses Begehrens vom Wanderprediger zum Messias erhoben wird. Nach der Episode des Arbeiteraufstands trifft er wieder auf Andara und Beatrice. Wir sind hier auf der Hälfte des Films. Nachdem Pinto sie verlassen hat, ist Beatrice in ein anderes Dorf zu ihrer Schwester gezogen, die eine Fieberkranke im Sterben liegende Tochter hat. Andara, die sich weiterhin auf der Flucht befindet, ist Beatrice gefolgt. Gemeinsam mit weiteren Frauen des Dorfes umringen sie Nazarin und bitten ihn, ein Wunder zu vollbringen und das Mädchen zu retten. Nazarin wehrt ihr flehen als Aberglauben ab, er sei kein Wunderheiler, sondern könne nur mit ihnen Seine Worte sind relativ nah, übrigens an Peres Galdos Roman Vorlage, darin erklärt Nazarin der Mutter des kranken Mädchens, er könne lediglich den Trost frommer Worte anbieten, für mehr reichten seine Fähigkeiten nicht. Die Szenen, Nazarin Gott um Fürsorge für das kranke Kind bittet, kippt, als die Frauen in ihren flehenden Gebeten in eine religiöse Ekstase geraten. Andara fordert Satan auf, zurückzuweichen und schlägt sich dann rhythmisch und kräftig auf die Brust, mit jedem Schlag Jesus, 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 Jesus rufend. Beatrice blickt in erstarrter Haltung zum Kreuz auf, als hätte Christus sie paralysiert. Ihre Schwester führt eine Reinigungszeremonie durch, indem sie mit dem Halm einer Zuckerrohr blühte erst über den Körper Nazarins und dann über den des kranken Mädchens streift und dabei betet sie ein Vater Unser. Währenddessen wirft sich eine weitere Frau hysterisch schreint auf den Boden wie in einem rituellen Besessenheitsritual, bei dem ihr der Teufel ausgetrieben wird. Die Großmutter des Mädchens wirft sich Nazarin zu Füßen und berührt seine Hände, als wäre die Magie der Heilung in ihnen greifbar. Nazarin stehend, während alle Frauen knien, blickt ungläubig und verständnislos auf diese Szenerie, bei der sich die mexikanische Volksfrömmigkeit Bahn bricht und seine katholischen Dogmen in eine Ekstase überführen. Ihr Synkretismus in Mexiko, diese Vermischung des Katholizismus mit verschiedenen volkstümlichen und zum Teil indigenen Glaubensformen, die animistische und esoterische Praktiken beinhalten, ist für ihn verachtungswürdiger Aberglaube, der Einsatz von Pflanzen für die Wunderheilung, die direkte Ansprache Satans mit Handzeichen, die Besessenheitszeremonie, die Präsenz des Übernatürlichen, für ihn stellt all das eine sündhafte Verunreinigung des Katholizismus dar. Doch diese synkretistischen Praktiken haben im Laufe der Kolonialgeschichte auch unter dem Dach der Kirche längst Einzug gehalten. Dies insinuiert der Film durch einen Schnitt am Ende der Szene, nachdem wir Nassarin aus der Dorfkirche heraustreten sehen. Auch wenn das Krähen des Hahns deutlich macht, dass es am Morgen danach ist, suggeriert dieser abrupte Raumwechsel, dass sich das Ganze im offiziellen Raum der Kirche abgespielt hat und nicht im privaten Haus von Beatrice Schwester. ironischerweise sieht Nassarin wehrlos und verständnislos dabei zu, wie sein Katholizismus beschmutzt wird. Er selbst nimmt zwar an dem Ritual der Wunderheilung nicht teil, aber die Frauen machen ihn zu ihrem Heiligen, oder das ist das Absurde daran, der Wunder vollbringen kann, noch bevor sie wissen, dass das Wunder überhaupt geschieht, also dass das Mädchen gesundet. Er wird zu ihrem Messias, weil sie ihn als solchen begehren. Lars Nowak beobachtet, dass Volksfrömmigkeit und Erotik hier zusammenkommen. Er meint, Nassarin is sexualized through his repeated confrontation with the popular purity of female characters. Die Szene des vermeintlichen Wunderheilens ist also nicht nur gegendert, da ausschließlich Frauen in Ekstase geraten, sondern auch sexualisiert. Hier lässt sich eine Verbindung zum Surrealismus Georges Battais schlagen, der diese Verbindung aus religiöser Ekstase, Erotik und Ritus in seinen Texten ausgelotet hat. In Nassarin lässt Buñuel sich auch von Marquis de Sade inspirieren, dem pornografischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts und ebenso Vorbild der Surrealisten. In einer Szene bezieht er sich auf Marquis de Sades Gespräch zwischen einem Priester und einem Sterbenden von 1782, um die subversive Kraft der Erotik in seine mexikanische Christusgeschichte einzuschreiben. Nachdem sich Andra und Beatrice im Glauben an seine Wunderheilung Nassarin angeschlossen haben, kommen sie in ein Dorf, in dem die Pest grassiert. Nassarins beispielfolgend unterstützen sie ihm beim Hilfe leisten, obwohl sie aus Angst vor Ansteckung eigentlich lieber die Flucht ergriffen hätten, wie die üblichen Dorfbewohner, die ihnen vor ihrer Ankunft entgegenkommen. Nassarin gibt den Sterbenden des Dorfes ein letztes Geleit, so auch einer Frau, für die er in Begleitung von Beatrice betet, Gott möge sie im Himmel zu sich nehmen. Doch sie will nichts vom Himmel wissen, stattdessen ruft sie im Fieberdelirium nach ihrem Geliebten. Als dieser ankommt und Nassarin für ihn seinen Platz am Bett der Sterbenden räumt, flüstert sie in ihrem letzten Atemzug, Juan, sag ihm, dass er gehen soll. Wie Marquis des Harz Sterbender entscheidet sich hier die Sterbende im Moment ihres Todes nicht von Gott geläutert, sondern sündhaft in den Armen ihres Geliebten zu sterben. In einer Nahaufnahme richtet sich die Kamera auf ihr engelsgleich beleuchtetes Gesicht, bevor sie Nassarin und Beatrice nach draußen folgt. Dort gesteht Nassarin seiner Begleiterin, während das Glockenläuten im Hintergrund die Todesmesse bereits ankündigt, er sei gescheitert und hoffe, Gott habe Erbarmen mit der Seele der Verstorbenen. Beatrice antwortet zweideutig Yo también quería así. Das wollte ich auch so. Hier spielt das Drehbuch mit der doppelten Bedeutung vom spanischen Querer, das sowohl Wollen als auch Lieben heißt. Ihre Antwort ließe sich also auch mit So habe ich auch geliebt übersetzen. Ich glaube, so macht es auch der englische Untertitel, den Sie sehen werden. Beatrice ihr Gesichtsausdruck lässt darauf schließen, dass sie sich auch eher den Kuss des Geliebten im Moment ihres Todes wünscht, anstatt die Gnade Gottes. Dies ist meines Erachtens eine weitere Schlüsselszene für Nazarins Blindheit gegenüber dem erotischen Begehren, das seine Begleiterin antreibt. Noch weniger erkennt Nazarine, dass sich ihre Leidenschaft, also die seiner Begleiterin, auf ihn richten. In einem Gespräch zwischen beiden vertraut Beatrice ihm als väterlichem Freund an, dass sie Pinto, der begonnen hat, sie zurück zu erobern, schwer widerstehen kann. Nazarine predigt, sie könne sich von der dämonischen Lust des Fleisches befreien, wenn sie der Liebe Gottes für alle Kreaturen folge. Auf ihre Nachfrage bestätigt er, dass auch er dieser christlichen Liebe verpflichtet sei und sie Beatrice und anderer entgegenbringe. Dass es seinen Jüngeren jedoch unmöglich ist, seinem Beispiel zu folgen, weil sie ihn als Mann begehren, wird in der Szene deutlich, in der Beatrice ihren Kopf auf seine Schulter legt und Andara daraufhin aus Eifersucht in Tränen ausbricht, weil sie meint, er möge Beatrice mehr als sie. Also Kerrer ist eben auch lieben und mögen. Angesichts dieser erotischen Konkurrenz Situation zwischen seinen Jüngerinnen besteht Nassarins Kontakt mit dem lebendigen Fleisch einzig darin, dass er selbst vergessen eine Schnecke über seine Hand kriechen lässt. Die Tier Symbolik, also der feuchte Körper der Schnecke ist auch hier eine subversive erotische Anspielung. Eine erotische Rivalität löst Nassarin nicht nur zwischen Anderra und Beatrice aus, sondern auch in Pinto. Gemäß den klassischen Prinzipien des Machismo entsteht diese Rivalität dadurch, dass Pinto eifersüchtig auf seinen geistlichen Konkurrenten wird und dies überhaupt erst sein Interesse an Beatrice wieder anfacht. Und seinen männlichen Ehrgeiz ihren Widerstand zu brechen und sie erneut zu unterwerfen. Beatrice drohende Rückkehr in diese sadomasochistische Abhängigkeit verbindet Buñuel auf subtile und subversive Weise mit der Referenz auf die Passionsgeschichte Christi. Er stilisiert Beatrice zu einem weiblichen Petrus, dem treuen Diener Jesus, der ihn dreimal verleugnen wird. Analog zur Passionsgeschichte sucht Pinto Beatrice dreimal auf, um sie in Versuchung zu bringen, Nazarine zu verleugnen. Das dritte Mal ist ihr Widerstand gebrochen und sie verrät ihren Messias. Allerdings steht ihr Verrat nicht im Zusammenhang mit dem christlichen Lehren, die Nazarine predigt, sondern mit ihrer Leidenschaft Leidenschaft für ihn. Diese wird ihr von ihrer Mutter bescheinigt, die in Beatrice schwärmerischen Worten für Nazarine ihre erotische Liebe für ihn erkennt. Daraufhin erfährt Beatrice einen zweiten psychotischen Moment, in dem sie sich schreiend auf den Boden wirft und die Anklage ihrer Mutter als Lüge zurückweist. Pinto, der bereits vor der Tür ihres Elternhauses auf sie wartet, hat ein leichtes Spiel, die außer sich geratene zu unterwerfen und mit sich zu nehmen, was ihm gehört. Einmal mehr löst Nazarines passive christliche Demut Zeitung Unheil aus, denn durch die Rivalität, die er, wenn auch ungewollt, geschürt hat, liefert er Beatrice ihrem Peiniger aus. Für Beatrice seine treuste Jüngerin erweist sich Nazarines Naivität sowie seine Unkenntnis der Regeln des Machismo als fatal, da sie in die Abhängigkeit ihres abusiven Peinigers zurückkehrt. Buñuel provokativ gesagt entlarvt Nazarines christlichen Altruismus damit als selbstgefälligen Egoismus. Auch Nazarines Festnahme steht im Zeichen des Machismo. Er gerät nicht etwa in Gefangenschaft, weil er in Begleitung der kriminellen Andara unterwegs ist, die eigentlich als Mörderin gesucht werden müsste, sondern weil ihm viel Weiberei vorgeworfen wird. Im bigotten Verständnis des Machismo zählt es nicht, dass er Priester ist, sondern dass er als alleinstehender Mann von zwei Frauen begleitet wird. In der Gefängniszelle messen sich die Mitinsassen in ihrem Männlichkeitswahn an ihm, der in ihrer Fantasie zwei Frauen besessen hat. Seine Andersheit stellt ihr Männlichkeitsbild in Frage und das begehren natürlich der Frauen. Deswegen beschimpft ein Insasse ihn auch als Marika, also als Homosexuellen und beginnt auf ihn einzutreten. Erst als ein anderer Mitinsasse meint, es sei nicht männlich auf jemanden einzuschlagen, der sich nicht wehre, no est de machos pegara si, lässt er von Nassarin ab. Für Nassarins Ideal der christlichen Nächstenliebe stellt diese Demütigung die größte Herausforderung dar. Im Hinblick auf die kulturelle Realität, in der er sich befindet, wird jedoch deutlich, dass er sowohl durch das Begehren der Frauen als auch durch das Gebaren der Männer sexualisiert wird. Dem gewaltsamen Konflikt in der Gefängniszelle geht eine Szene voraus, in der Nassarin in einer Gruppe Gefangener von der Polizeistation in die Haftanstalt des nächsten Dorfes gebracht wird. Auch in dieser Konstellation ist er der umkämpfte Fremde in einem Feld von Rivalitäten. Von den Männern wird er auf dem Weg attackiert und lächerlich gemacht von seinen Begleiterinnen verteidigt. Er bleibt passiv. Selbst als ein Mädchen, das zur Gruppe der Gefangenen gehört, vor Hunger und Durst auf dem Weg zusammenbricht, muss Nassarin vom Polizisten erst befohlen werden, sie auf seinen Armen zu tragen. Hier also in dieser Szene mit dem Mädchen sticht auch der Rassismus gegenüber der indigenen Bevölkerung in Mexiko hervor, den Buñuel kritisiert, denn welches Verbrechen kann eine Sechsjährige wohl begangen haben. Im Unterschied zu Nassarin, der in Bezug auf das Mädchen erst aufgefordert werden muss zu handeln, ist der kleinwüchsige Ujo derjenige, der die christliche Nächstenliebe sofort ausführt. Bevor die gefangenen Kolonne sich auf den Weg macht, gibt er ihr vor allem anderen eine Frucht zum Essen. Diese Szene suggeriert, dass nicht Nassarin, sondern eigentlich der kleinwüchsige indigener Herkunft die christlichen Ideale verkörpert. Dies spiegelt auch dessen Beziehung zu Andara wieder, die er mit all ihren Fehlern erkennt, annimmt und liebt. Buñuel inszeniert diese Liebesgeschichte zwischen Andara und Ujo als Burlesque, die mit dem Aufbruch der gefangenen Kolonne endet. Zum Abschied schenkt der kleinwüchsige unter dem Lachen der gesamten Gruppe Andara noch eine Orange. Diese angebotene Frucht steht spiegelbildlich zur Schlussszene des Films, in der eine Straßenverkäuferin Nassarin eine Ananas geben will, der erst ablehnt und dann mit den Worten Gott möge es ihnen vergelten schließlich annimmt, während im Hintergrund die Trommeln von Kalandar zu hören sind, die in der spanischen Tradition den Karfreitag und damit das Ende von Christus Kreuzweg und seinen Tod ankündigen. Nassarin wird am Ende seiner Wanderung zwar nicht gekreuzigt, aber er ist mit seiner christlichen Nächstenliebe auf ganzer Linie gescheitert. Er ist zum Opfer der menschlichen Grausamkeit im Umfeld der sozial Marinalisierten geworden. Aber es sind auch die gesellschaftlichen Randfiguren, die buchstäblich kleinen Leute wie Ucho und die Obstverkäuferin, die ihm, dem heiligen Exoten vorleben, woran er aufgrund seiner Naivität und Blindheit für ihre soziokulturellen Codes und ungeschriebenen Regeln so kläglich gescheitert ist, die christliche Nächstenliebe. Und damit bedanke ich mich für ihre Aufmerksamkeit. Danke Verhältnisse zwischen den zwei Firmen gesehen. Man könnte vermuten, dass was Buñuel für den Staat bei Los Ovidados macht, hier macht er das für das Land. Das ist eine rurale Äquivalenz von seiner Darstellung des Lebens in Mexiko statt. Was denkst du? Ja, also ich hatte das ja auch kurz in dem Vortrag erwähnt, dass da tatsächlich diese Art und Weise wie Buñuel als also in den 1950er Jahren, wie gesagt, Los Ovidados war ja der 1950 und Nasserin 1959 und die Art und Weise wie Buñuel die Armut in den Vorstädten gezeigt hat und diese Misere, das war ein riesiger Skandal in der mexikanischen Gesellschaft und in der Presse eben auch es wurde gefordert, er solle das Land verlassen, als Los Ovidados rauskam. Gleichzeitig hat er damit eben auch fast so eine Art neues lateinamerikanisches Kino begründet, eben dieses nuevo Cine Latino Americano, also wo genau diese soziale Misere eben auch zum Thema gemacht wurde als als Sozialkritik und in dieser Tradition steht Nazarine schon auch, würde ich sagen, also mit diesen Provinz, jetzt in diesem noch weiteren Gürtel von Mexico City in den kleinen Dörfern, wo einfach ja nichts ist und diese wahnsinnige Armut herrscht und ich hatte jetzt auch nochmal beim erneuten Schauen des Films gesehen, es ist ja auch dieser Überlebenskampf, also was ganz deutlich in Los Olvidados zum Tragen kommt, dieses jeder gegen jeden, was Nazarine letztlich auch auf die Leinwand bringt oder Buñuel mit Nazarine. Also du hast gesagt, das heißt ein neues lateinamerikanisches Kino begründet, es gibt vielleicht dann auch Parallelen mit dem Cinema Novo in Brasilien, ich denke vor allem an Vida Seccas, was so bestimmte Ähnlichkeiten wie diese Firma hat. Weißt du, ob Buñuel da eine Inspiration für brasilianische Filmemacher oder andere lateinamerikanische Filmemacher zu diesem Zeitpunkt war? Ja, ich weiß, dass der italienische Neorealismus der war auf jeden Fall eine Referenz. Ich habe immer, ich bin mir nicht, also ich könnte jetzt nicht ganz genau darauf antworten, weil ich bin mir immer nicht sicher, wie so der Austausch zwischen den lateinamerikanischen Ländern, also manchmal ist dann doch immer Europa eher der Referenzpunkt als der Austausch zwischen den lateinamerikanischen Ländern, aber es ist auf jeden Fall eine Spur, der ich nochmal nachgehen würde. Ich frage mich nur, ob es eine Inspiration war, um zu sagen, ja, wir können das auch hier machen, also wir müssen nicht die europäischen Firmen importieren. Richtig, ja. Das andere, also wir haben eine Frage, aber eine letzte Frage von mir zuerst, das andere, oder der andere Aspekt, den ich, also, also, den aufmerksam für mich war, war auch, also du hast das erwähnt in deinem Vortrag, dass es eine Verfilmung von einem Roman von Ende des 19. Jahrhunderts war und der Film spürt vermutlich in, also, heute von 1959, aber die Unterschiede zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und Mitte des 20. Jahrhunderts in diesem Tag von Mexiko sind nicht so frappierend, sagen wir. Es gibt kaum Zeichen der Modernität oder des modernen Lebens. Wir sehen keine Autos, keine, also, fortgeschüttene Technik oder keine, also, es ist eine sehr traditionelle Lebensweise, die wir noch sehen. Es bleibt fast unverändert von 19. Jahrhundert. Das fand ich auch sehr stark. Ja, und das ist eben auch diese Stadt, Land, dieser Kontrast, den Buñuel mit dem Film tatsächlich auch thematisiert in der einen Szene. gibt es ja, hört man im Hintergrund ein Zuggeräusch, also, dieser Ausbau der Bahnstrecken, was man in den mexikanischen Bundesstaaten gemacht hat, die dann, also, zumindest nah an, so, im Umfeld von Mexiko-Stadt waren, da, also, man kriegt es immer so mit, aber, klar, das sind eben, also, genau wie die Menschen in den Vorstädten von Mexiko City in Los Olvidados, sind eben auch die Menschen auf dem Land von diesen ganzen Modernisierungsprozessen abgeschnitten. Teilweise, also, ich glaube, das hat auch teilweise an Aktualität auch vielleicht nicht verloren, in bestimmten Teilen Mexikos ist tatsächlich auch die Modernisierung noch sehr, sehr weit, sehr weit entfernt, Dörfer, die noch keine Elektrizität haben und so weiter, also, gerade so in den südlichen Staaten an der Grenze zu Guatemala und gerade dort, wo sehr starke indigene Präsenz eben ist und das ist, das sind so soziale Ungleichheiten, ja, also eben, die, die, die so frappierend sind, dass, also, so unterschiedliche Welten eigentlich auch, ne, innerhalb eines, eines Landes und wenn man jetzt so ein paar von diesen Filmen, diese Melodramas, Film aus dem sogenannten goldenen Zeitalter also mal sich anschaut, das ist eben das genaue Gegenteil, ne, die, die bürgerliche Oberschicht, die, also in so einer, in so einer heilen Welt eben, eben lebt, also einfach auch ein Teil der, 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 der mexikanischen Realität, die diese Leute in der, die Mittel- und Oberschicht in den Städten überhaupt selbst auch nicht, nicht kennt. Ja, Bitteschön. Ja, also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Er hat mich erinnert an, an, an die Reihe Hansa über Bunuel, da gibt es auch eine Zusammenfassung von Nazarin, die auch ein bisschen in die ähnliche Richtung geht und ich hatte mit beiden eigentlich Probleme. Das ist eine sehr psychologisierende Lesart, die du, sie, vorgeschlagen haben. Ich glaube und vor allen Dingen auch dann diese Formulierung, das sei ein naivers Christentum, was uns Nazarin vorlebt. Ich glaube, das ist das genaue Gegenteil. Also und das schließt auch ein bisschen an die Diskussion eben über italienischen Neorealismus und Cinema Novo bla bla bla. Das Entscheidende ist doch, dass es einen Linkskatholizismus gibt im mediterranen Raum. Und es gibt eine Allianz auch den Linkskatholiken mit den Anarchisten. Und die Allianz ist deshalb interessant, weil alles, was Nazarin gut macht, hat ja überhaupt nichts damit zu tun mit dem Blabla, das er redet. Das Blabla ist immer Unsinn, was er sagt. Alles, was Theorie ist, alles, was Diskussion ist, ist schlecht. All die Praxis, die er macht, ist gut. Er heilt wirklich auch das Mädchen mit, zusammen mit den anderen. Wir wissen alle, es gibt Placebo-Effekte, Autosegression, Hypnose und so weiter und so fort. Das heißt, das spielt schon eine Rolle, ob jemand da sitzt im Heilungsprozess. Es spielt eine Rolle, ob jemand in die Ukraine fährt zum Beispiel und dort hilft, Leute beerdigt oder den Leuten, denen es schlecht geht, in schwierigen Gebieten hilft. Das sind alles diese Praxisdinge, die die Anarchisten tun und die auch, und jetzt kommt die Verbindung, die Befreiungstheologen propagiert haben. Die Befreiungstheologen und die Anarchisten sind immer die Leute, die für das Diesseits argumentieren. Die Kirchenleute, die in diesen Leuten Heretiker sehen, wie es im Film gesagt wird, Exzentriker sehen, sind die Leute, die natürlich heucheln, die Geld machen wollen, die kooperieren mit den Mächtigen. Und ganz falsch halte ich übrigens das, was gesagt wurde, das stand auch in dem Text im Hansa-Verlag erschienen, dass die Mutter Recht hätte mit der Beschreibung von Beatrice als eine Frau, die Nazarin liebt wie ein Mann. Ich glaube, das ist eine ganz falsche Beschreibung. Erstens mal ist es klar zu erkennen, dass er nie verführt wird oder versucht wird wie Jesus. Das ist ja bekannt, Jesus ist versucht worden, das ist die Temptation, die ist ja da. Das ist bei Nazarin nicht der Fall. Also von der Seite stimmt es nicht. Wenn man jetzt sagen würde, es ist nur die Frau, die begehrt, muss man sagen, die Mutter arbeitet zusammen mit Pinto. Sie will, dass ihre Tochter nicht mit so einem armen Typen, so einem komischen Heiligen rumläuft, sondern sie will, dass sie mit Pinto zusammenarbeitet, der ein Großbauer ist, ein Mächtiger ist. Also in anderen Worten, sie sozusagen verrät ihre Tochter. Deshalb fällt sie in Ohnmacht. Und sie hat eben nicht die Vision, die sie vorher hatte, in der ersten Ekstase, die sie hatte. Das ist ja eine ganz andere Art von Ekstase gewesen. Und ich glaube, das sollte man überhaupt nicht so sehen. Die beiden Frauen sind zu sagen, das ist kein wirklich erotischer oder sexueller Blick, sondern es ist wirklich, und das ist ja auch Thema in dem Film, und Nazarin sagt das ja selbst, ich liebe euch, es gibt ja die Caritas, Agape und so weiter, das sind ja Formen der Liebe, die eben nicht sexuell gebunden sind. Und er sagt ja zu Recht, God is my tribunal. Das ist ja genau das Problem, wenn der Staat und die Mächtigen oder die Herrschenden sozusagen akzeptieren die aktuell bestehenden Verhältnisse, sie haben eben nicht die Kraft, Nein zu sagen. Und man kann immer nur dann Nein sagen, wenn man nicht an die herrschenden Verhältnisse glaubt. Und das ist genau die Meinung der Befreiungstheologen, das ist genau die Meinung der Anarchisten und all der Leute, die aufbegehren, die sagen, nee, so geht es aber nicht, was ihr hier macht mit uns. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt hier, und deshalb ist der Film eigentlich hochpolitisch und gar nicht so sehr psychologisieren, das ist so die heutige Sichtweise darauf und auch das Verlachen sozusagen, also was ja auch hier im Publikum stattfand von Menschen, die an Ideale glauben, ist eigentlich auch nur bezeichnend für die Leute, die darüber hier gelacht haben, weil sie gar nicht verstehen, es ist manchmal gar nicht so wichtig, wir glauben auch in irgendwelchen Unsinn, wie glaubt man an die Sachen der Werbung, ich glaube, das sind so... Darf ich, weil ich sonst vergesse, weil sie haben so viele verschiedene, sehr gute Aspekte genannt, vielleicht, ich will sie jetzt nicht unterbrechen, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein total wichtiger Hinweis zu sagen, also ich habe ja jetzt sehr in diese Richtung geguckt, Nassarin als, sozusagen mit dieser spanisch-europäischen Herkunft in diesem Feld der Populärkultur und das ist natürlich sehr richtig, was sie sagen, dass auf der anderen Seite natürlich diese Frage der Autoritäten, wie sich Nassarin eigentlich zu den kirchlichen Autoritäten verhält und gerade in der Schlussszene, wo ganz deutlich wird, da ist er, ja, für diese Leute ist er ja der Rebell, also für diese Leute ist er tatsächlich auch der, ich sage jetzt mal, der Exot durch diese, ich sage jetzt mal, was sie, also um das aufzugreifen, was sie gesagt haben, durch dieses anarchistische Christentum, was er vertritt, diese Beziehung zur Befreiungstheologie, finde ich extrem spannend, und ich glaube allerdings, ich glaube allerdings, und ach so, und was sie auch sagen, durch diese Allianz der Mutter, sozusagen mit dieser Täterschaft Pintos, sehr gute Beobachtung, ich glaube allerdings, was natürlich, also ich frage mich, habe mich natürlich auch gefragt, was ist Buñuels Blick auf diese Thematik, also ich glaube gar nicht unbedingt, dass es so diese heutige Sicht ist, ach wie lächerlich, dass jemand sozusagen als Wanderprediger irgendwie durch die Provinz zieht, sondern ich glaube tatsächlich, dass Buñuel diesen ambivalenten Blick auf seine Hauptfigur lenkt, und ich, beinahe möchte ich Ihnen auch recht geben, es ist ja, es bleibt am Ende ja in dieser Ambivalenz von, dass man ja mit ihm sympathisiert, einerseits, und gleichzeitig, ich meine, er richtet ja auch Unheil an durch sein Tun, also, Wir haben eine Bemerkung hier hinten. Ja, hallo. Also ich will da mal diametral widersprechen, ja. Ich meine, erst mal, er ändert doch an den Verhältnissen überhaupt nichts. Ja, da ändert sich doch gar nichts. Und für mich ist das eigentlich ein Beispiel für eine ideologische Verblendung. Ja, mich erinnert das an so manche, sagen wir mal, linke Intellektuelle, die ihre ganzen politischen Hoffnungen auf das Proletariat als homogen handelndes Subjekt projizieren, aber vom Proletariat selbst überhaupt keine Ahnung haben und dann hinten runterfallen. Das ist für mich diese, sagen wir mal, eine Analogie, dass man das, also es ist ein fast zeitloser Film, der durchaus jetzt sicher in Mexiko spielt und das sehr illustriert, aber das kannst du übertragen, wirklich auf politische Verhältnisse. Also mich hat der Nazarin ein Stück weit an Che Guevara erinnert, der ja auch letzten Endes politisch nicht wirklich was bewirkt hat. Zwar wie so unheiliger verehrt wird und auch da rumgelaufen ist, aber das Ergebnis ist null. Und das ist für mich eigentlich die Botschaft dieses Filmes. Das war eine erfolgreiche Revision. Erfolgreich war die? Ah ja, musste mal die Kubaner heute fragen. Zu dem Thema Kuba habe ich auch ganz viel zu sagen. Wir haben trotzdem meine Diktatur beseitigt. Also das ist was. Klar, es ist nicht ein Paradies heute, aber ja, aber das Verhältnis mit Che Guevara oder die Ähnlichkeit mit Che Guevara ist mindestens interessant. Wahrscheinlich unabsichtlich. Also ich muss, vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil es 1949 ist. Also ich frage mich, also ich glaube, so ein bisschen kommt, also meine Lesart Nazarens kommt, ist natürlich auch, kommt über Pérez-Galdós. Also Nazarin ist ja erst, also Buñuel führt ja die Figur Nazarin über Pérez-Galdós weiter. Und bei Pérez-Galdós ist Nazarin im Grunde genommen so eine Don Quixote-Figur. Also diese ganze Wanderschaft jetzt mal unabhängig von dem, was, also von, ich sag jetzt mal von diesem theologischen oder Freiheitskämpfer-Ideal, ist diese, diese ganze Wanderschaft eben auch bei, jetzt in dem Galdós-Roman hat, hat einfach diese, diese, diese Kampf gegen Windmühlen, absurden Züge, weil bei Galdós ist einfach, bei Galdós ist es wirklich, also, nein, es ist nicht, es ist wirklich, wenn man über Surrealismus spricht, aber bei Galdós ist dieser, dieser Held Nazarin hat diesen Idealismus und der Idealismus steht in so einem krassen Kontrast eben zu der, zu der Realität, in der er sich bewegt und, und, und deswegen kommt diese, dieses Kirotte-Moment da bei, bei Galdós auch in diese Figur so mit rein und ich, ich denke, deswegen habe ich das bei Nazarin teilweise auch so mit rein gelesen, in dieser, in dieser, in dieser Linie, dass, dass, dass Nazarin eben auch jemand ist, der, der wie der Kirotte in so einer Naivität handelt und damit natürlich in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen scheitert, zumal diese, diese Verhältnisse ja auch so ein jeder, jeder gegen jeden ist, also ich frage mich überhaupt, ob, ob da so ein, ob Unuel diesen, diesen politischen Anspruch hat zu sagen, wir wollen, wir müssen diese, also, ja, ja, jetzt rede ich mich um Kopf und krank, aber also so, im Sinne von, wir müssen diese Verhältnisse ändern, ich glaube, dass er erst mal überhaupt diese Verhältnisse aufzeigt, also, so, ich meine, klar, so, also, ich glaube nicht, dass er Nazarin da reinbringt, als jemand, der, 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 der dann antritt, um, um diese Verhältnisse zu verbessern, weil ich meine, letztlich ist ja genau das, egal wo er hinkommt, die Menschen wollen ja seine Hilfe gar nicht, also, also, was ich sagen wollte, ist, also, dieser Kontrast, der da entsteht, diese Spannung, man kann sich natürlich fragen, wer ist hier, von wem entfremdet, also, ist er der Fremde, der halt diese, ja, die Gesellschaft nicht versteht oder verstehen sie, versteht die Gesellschaft eben nicht mehr irgendwelche, ja, nennen wir es halt Nächstenliebe, ob man das Ideal nennt, ja, die zumindest mal gepredigt wurden, so. Und, was ich noch anfügen wollte, weil die Frage aufkam, ob das jetzt in den 50er Jahren spielt oder im 19. Jahrhundert, also, ich würde dafür halten, nach meiner Sicht des Films, es muss das 19. Jahrhundert gewesen sein, weil dieser Sargeante da in seiner Uniform und dem Käppi ist schon sehr 19. Jahrhundert und die Unterröcke der Frauen auch, aber das nur als Fußnote. Okay, aber das... Spezialist in die Unterröcke der Frauen des 19. Jahrhunderts. Ja, die Uniformen fielen mir auch sehr 19. Jahrhundert ein, aber ich fand ansonsten die Kostüme der Figuren ziemlich aktuell oder nicht so veraltet irgendwie. Ich glaube auch, dass das tatsächlich so die mexikanischen, also diese Sombreros, das kommt, also das ist auch so Post-Sapatista, also wir sind auf jeden Fall da mit diesen Kostümen schon im Mexiko des 20. Jahrhunderts. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der sozusagen der Bahnausbau aber gut, da müsste man jetzt nochmal nachprüfen. Es spürt vielleicht mit einem gewissen Anachronismus. Ja, genau, das denke ich auch. Und es ist ja auch, es gibt ja auch keine so Situation, es gibt keine lokale Situation, also wir wissen, das wurde in Morelos gedreht, aber eigentlich weiß man nicht, in welcher Provinz von Mexiko findet das jetzt statt und zu welchem Zeitpunkt. Also von daher glaube ich auch, dass es für Bonuel letztlich auch keine Rolle spielt. Ich habe eine kleine Frage, zum Schminken der Prostituierten, ich fand das sehr künstlich irgendwie, war das der Gebrauch in Mexiko damals oder war das Bonuels Art und Weise so visuelle Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Art, sozusagen das Maskenbilden, wildnerische Art, einfach auch zum Ausdruck bringen, sollte gerade bei der Andara mit, also das eben in diesen sehr prekären Schichten der Sexarbeit eben auch ja, das ist, das sind keine Edel Prostituierten, ne? Ich glaube schon, also ich glaube so ein bisschen, um das zum Ausdruck zu bringen, also ja, denn das ist ja fast schon so, dass gerade bei der Andara geht diese, das ist die Schminke, das ist ja schon fast sowas groteskes, ne? Ja, es ist fast wie ein Irk-Greco-Gemelder oder sowas, aber du wolltest da was sagen. Ja, also ich möchte noch mal nachhaken bei der Quixote-Geschichte, ja, wie wir alle wissen, ein toller Roman, aber Quixote ist ja nicht die einzige Figur in diesem Roman, wie wir wissen, gibt es einen Sancho Panza, der hier ja gar nicht vorkommt. Und wir brauchen den Sancho, die zwei Frauen sind die Sancho Panza. Nein, 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 das ist ganz falsch. Also das ist höchstens an einer Stelle richtig. Sancho Panza. andere gibt es eine Stelle, wo sie ganz genau erkennt, was der Sinn der Kommunion ist, wo gesagt, wir teilen das Brot, ja und dann sagt Nazarin natürlich seinen unglaublichen theologischen Unsinn, nein, Brot ist nur dann heilig oder Kommunion ist nur dann, wenn ein Priester das segnet. Das ist natürlich totaler Unsinn. Die Kommunion ist ja die Brotteilung. Ja, dass was ganz praktisches diesseitig ist, dass das wenige Brot, was ich habe, mit anderen Leuten teile. Aber das ist nicht mein Punkt. Der Punkt ist der Quixote-Punkt. Also ich kenne das Buch nicht, ich habe es nicht gelesen. Ich weiß nur, dass Octavio Pass auch das so gelesen hat, sozusagen Nazarin, der verrückte Buchgläubige, der verrückte Spanier, der an Bücher glaubt und idealistisch ist. Und das ist eigentlich ja bei Nazarin gar nicht so sehr der Fall. Ich sehe auch gar nicht, wo er scheitert. Nicht eine Sekunde scheitert dieser Mann. Er wird auch gar nicht so gezeigt. Zum Schluss ist er ja jemand, der auch merkt, ich muss sogar auch Hilfe akzeptieren und so weiter und so fort. Ich muss sozusagen zusammenarbeiten mit den Leuten. Also wird ihm das nochmal klar? Weil er sitzt ja auch auf dem hohen theologischen Thron sozusagen, wenn er teilweise doziert mit anderer. Ja? Und dann durch diese Tat der Frau, die ihm hilft, merkt er, okay, ich habe da vielleicht was nicht verstanden oder ich saß so sehr auf diesem Theorie-Hohen-Ross, ich weiß alles besser. Nein, nein, nein. Praxis ist das, was gefragt ist. Das ist das, was wir machen müssen. Und ich glaube, also der Quixote kommt ja nie dahin. Also der Quixote bleibt ja immer sozusagen in seinen Illusionen verhangen. Deshalb ist das eigentlich ein ganz schräger Vergleich. Das mag in dem Buch so sein, aber ich glaube, gerade das will Bunuel nicht. Also das, so viel wie er sonst, er macht immer wieder Anspringen auf Quixote, das ist klar in seinen Filmen, aber in dem Film hier ist es eigentlich eher sozusagen dagegen gerichtet. Er ist eigentlich nicht so ein scheiternder Typ, er kämpft nicht gegen Mintmühlen. Ich weiß auch wirklich nicht, wie Sie darauf kommen, dass Sie sagen, wo er scheitert, ist mir gar nicht klar. Er scheitert, wenn überhaupt, an Leuten, die ihn betrügen, die andere Leute ausnutzen, die Dinge tun, die sehr schlecht sind. Aber sehen Sie, genau das ist das, genau das ist das, was ich eben an diesem Film, was ich ganz am Anfang ja auch als Frage gestellt habe, dass genau diese, und das war ja, darüber hat sich Buñuel ja auch so gefreut. Also ich meine, Buñuel können wir ja, also jetzt mal unabhängig von Nassarin, können wir ja feststellen, Buñuel, wenn er einen Anlass zum Blasphemischen hatte, hat er immer Spaß dran gehabt. Also, und von daher glaube ich schon, also gibt er ja beide Lesarten vor. Also, Sie sind jetzt der Meinung, er scheitert nicht. Ich würde ganz gerne bei dieser Interpretation bleiben. Ich meine, das Ende ist ja auch offen. Wir wissen, das sind diese Karfreitagstrommeln. Wir wissen, Nassarin muss nicht sterben. Leider kann er auch nicht auferstehen. Also er ist sozusagen so, so an den Heiland kommt er zum Beispiel nicht ran. Aber wir wissen jetzt auch nicht, geht er von da ab noch mehr in die Praxis? Hat er es jetzt verstanden? Das ist eben, das lässt der Film ja auch offen, also am Ende. Was jetzt aus Nassarin wird und wie seine Praxis, also wie er seine christliche Praxis weiterführen wird? Er akzeptiert das, also so habe ich das gefunden. Er akzeptiert dieses Schicksal irgendwie, also macht keinen Widerstand dagegen. Ich meine, das ist ja das christliche Ideal. Also Materium am Ende. Ja, genau, das ist dann sozusagen und auch diese Tuchbinde, die Dornenkrone, also letztlich ist das, sind das relativ eindeutige und auch damit, also ich meine, mit dieser Inszenierung von Nassarin als Christusfigur ist das ja jetzt sozusagen, also von Bunuel aus gesehen, geht er ja gegen, auch gegen kirchliche Autoritäten vor. Das ist ja auch ein Affront, also so eine Figur überhaupt sozusagen da in den Mittelpunkt des Films zu setzen. Aber, wie Sie sagen, in New York, die katholische Kirche, die haben das auch sehr positiv rezipiert. Also die haben gesagt, ja, solche Männer wie Nassarin brauchen wir und haben Bunuel dafür einen Preis gegeben. Und er sagt dann eben, also er ist nicht hin, der Produzent ist dann für ihn da hingereist und hat diesen Preis tatsächlich in Empfang genommen. Also Bunuel wollte halt sich auf der Seite des Blasphemischen auch wissen, als so. Aber Sie haben natürlich auch wiederum recht. Ich muss ja auch nicht so, dass den Film so interpretieren, wie ich denke, dass Bunuel seine Figur sieht. Ich würde auch sagen, dass der Film beides quasi zulässt. Einerseits, dass er so ein Vertrauen hat in seine Figur und auch das ernst nimmt, aber andererseits, das auch so ernst nimmt oder unernst, dass er auch darüber lachen kann. Ich finde, sehr deutlich wird es in der Szene, wenn er quasi von diesem Arbeiteraufstand weggeht und man hört die Schüsse im Hintergrund und weiß, okay, da wird jetzt gerade jemand erschossen und es kommt auf jeden Fall jemand zu Schaden, vielleicht auch die Arbeiter selbst und er schaut sich so eine Pflanze an und untersucht die so sehr genau. Also da finde ich, wird diese Naivität oder das Kirotte-Hafte irgendwie schon deutlich, finde ich. Und was ich noch fragen wollte wegen der Ananas am Ende, ob das jetzt irgendeine christliche Ikonografie hat oder einfach auch so etwas sehr Nutzloses ist, weil in dem Moment kann er ja nichts mit der Ananas anfangen im Vergleich zu so einem Apfel. Das ist wahrscheinlich die lächerlichste Frucht, also von der Gestalt her. Das hat das größte komische Potenzial. Ja, das ist total interessant. Also diese Ananas hat auch sehr viel Anlass zu Interpretationen gegeben. Ich habe zum Beispiel auch mit dieser christlichen Anspielung bei Lars Nowak gelesen. Also der sagt natürlich auch, durch die Ananas wissen wir, dass wir in Mexiko sind. Die Ananas ist sozusagen so ein Kulturspezifikum. Also wenn wir jetzt in Spanien wären, wäre es irgendwie, was weiß ich, der Apfel, dann eher der Apfel gewesen. Aber in Mexiko gibt es eben tropische Früchte, also Ananas. Aber er sagt, das hat natürlich, in der Bibel gibt es doch diesen Schwamm, der Christus gereicht wird. Genau. Und er meint, das wäre eine Anspielung auf diesen getränkten Schwamm eben, die Ananas in ihrer Form, diese Lesart von eigentlich total nutzlos, ist, weil er kann sie gar nicht essen. Und das ist ja auch so interessant jetzt, wenn Sie nochmal sagen, das so aufzugreifen unter diesem Aspekt von Praxis. Und ich hatte eher natürlich diese Frau im Blick, die die Ananas übergibt und nicht die Frucht selbst. Aber da war, glaube ich, noch jemand, der eine Idee hatte zu der Ananas. Richtig. Er will ja Äpfel, und er kriegt die Ananas. Und von daher ist das natürlich naheliegend, dass mit diesem Schwamm, der war mit Essig getränkt. Tja, also der war überhaupt nicht zum Trinken. Ja. Also das ist schon eine ziemliche Parallele. Ja, 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 ja. Ja, also das könnte man auch. Und es hat, also wie gesagt, von der reinen Bildästhetik hat es natürlich wirklich, wie du sagst, Daniel, hat es was Absurdes, diese, wie er diese, diese Ananas trägt. Also mir fällt noch ein, ich finde die Diskussion, also um diese ganze Christentumsgeschichte, aber ich glaube schon, dass meine Lesart, also unabhängig von dem, was sie meinen, mit diesem Psychologisieren, glaube ich schon, dass ich den Nassarinen vom Surrealismus her natürlich gelesen habe, von dieser ganzen Frage, von, wie wird sozusagen christliche, also das war das, was die Surrealisten interessiert hat, wie wird christliche, also wie ist eigentlich so eine christliche Reinheit unterwandert mit, also unterwandert mit Erotik, unterwandert mit Triebhaftigkeit, unterwandert mit Gewalt, mit Sexualität. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Lesart gewesen, warum ich, warum dann tatsächlich dann Bunuel in diesen ganzen Konstellationen vielleicht dann nicht so gut wegkommt. Vielleicht eine letzte Frage? Ja, wir müssen langsam oder nicht nur langsam. Aber es ist eine ganz andere Frage, eine ganz große Frage, aber vielleicht hast du eine kurze Antwort drauf. Würdest du sagen, du hast es ein bisschen behandelt im Vortrag, aber also jetzt, bevor wir den Film nochmals gesehen haben, würdest du sagen, dass der Film am Ende ein Misoguner-Film ist oder ist es eine Kritik an der Misogunie? Ja, das ist eine super Frage. Also das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte in Los Olvidados gibt es ja auch, also in Los Olvidados gibt es schon auch so Misogunie viel. Und also meine These ist ja, dass Bunuel hier diesen Machismo und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, der Film sagt die Wahrheit eins zu eins, aber Mexiko ist das Land mit dem höchsten Feminizid. also jeden Tag sterben, ich weiß nicht, also 300 Frauen durch, also es gibt, es ist einfach so, also ich glaube schon, dass das, dass das von Bunuel hier eine Kritik, also er nimmt auf jeden Fall die Frauen auch mit in den, in den, in den Blick, so, also seine Kritik geht gegen diesen, diesen Machismo und diesen extrem überzogenen Machismo, den es zweifelsohne tatsächlich in Mexiko gibt, auch immer noch, also das ist jetzt auch nichts, was so aus dem 19. Jahrhundert oder aus den 1950er Jahren, nein, das ist jetzt heute immer noch so, aber ich meine, also diese ganze Frage Bunuel und und teilweise auch so sein gnadenloser Blick auf die Frauen, das ist so was, wo ich, wo ich denke, da könnte man auch noch weiter schauen, also jetzt zum Beispiel bei Tristana, um jetzt aus Mexiko auch wieder wegzugehen, da zum Beispiel ist Pérez Caldós sehr viel freundlicher am Ende mit seiner Tristana, obwohl der Roman genauso bitter endet wie in der Verfilmung, aber also da da glaube ich, gibt es gibt es in Bunuel selbst schon auch selber diese machistischen Tendenzen in seinem Blick auf wie er Frauenfiguren auch inszeniert, einerseits und in diesem Film finde ich aber schon, also diese ganze, diese Figur der Beatrice müsste man da diesbezüglich ja auch noch mal in den Blick nehmen, warum warum ist die so Sumi, so unterwürfig, ist das eher was Kritisches oder ist das auch ein Stereotyp, was Bunuel darstellt? Also das sind so, das ist eine super Frage, Daniel, an der ich denke, eigentlich man weiter noch mal dranbleiben sollte und weiter schauen sollte. Das fragen wir uns bei jedem Bunuel-Film, glaube ich. Aber gut, wir müssen jetzt Schluss machen. Danke zum letzten Mal, Andrea. Hoffentlich sehen wir dich bei weiteren Vorführungen. Danke für die schöne Diskussion. Aber ja, danke für alle, die geblieben sind und wir sehen uns dann schon nächste Woche mit Javier Herrero Navarro zu El, noch ein mexikanischer Film von Bunuel. Also ich hoffe, dass ich euch dort sehen werde. Ein letzter Beifall für andere. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus